Und zwar Bella Ciao. 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 Und zwar Und zwar Ich habe eine abschließende E-Mail doch wirklich sehr überrascht. Ich würde gerne mal kurz vorlesen, was Leo mir dann geschickt hat. Lieber David, du wirst es nicht glauben, du wirst es nicht glauben, ich nehme Geigenunterricht. Ich weiß, dass ich weiß, dass man mit 73 Jahre zu alt ist, aber vielleicht bekomme ich irgendwann mal mit deiner Hilfe Bruder Jakob auf der Geige. Ich finde, das ist wirklich ein bisschen großartig ist, weil ich glaube, dass ich glaube, das nächste Stück könnte eine Herausforderung für den guten Leo werden. Und wir spielen jetzt für euch, weil wir spielen, wir spielen jetzt für euch, weil wir spielen jetzt für euch den Soundtrack zu Fluch der Kniebeck. Und ich glaube, dass wir, wenn wir spielen, wir spielen, wir spielen jetzt für euch. Und wir spielen jetzt für euch. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018